Allahs Wege sind unergründlich. Ich möchte konvertieren. Warum? Was ist Liebe? Das ist doch nicht der Ernst. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der jüngst bekehrte Osmaner ein beachtliches Stück Grundsamt vorgegeben haben soll. Unter der Bedingung, dass Herr Öseme schafft, innerhalb eines Jahres zum Christentum zu konvertieren. Herrgott für Anfänger. Der Filmmittwoch im Ersten.